ich will mal eine lösung zeigen wie man dieses data science skript anders zugänglich machen kann oder durchsuchbar machen kann als erstes lade ich mal ein paar sachen rein und die daten bank selbst die wir hier erstellt haben ich zeig dir mal kurz das ist ja das also wie gesagt sobald man die hier aktualisiert kann man die einfach in das verzeichnis rein kopieren und hat dann eben das ganze aktualisiert folgen und die ganze funktionalität bleibt natürlich erhalten als erstes mal möchte ich eine spalte eine solche spalte die keywords spalte beispielsweise die ganzen einzelnen wörter hier in einer liste darstellen und nur am rande die keywords das natürlich keine keywords hier sollten erst was ein wie visualisierung schleifen oder sonst irgendwas aber nicht command und kürze setzt doppelt soll für moment egal sein also einmal die keywords hier als erstes lasse ich mir hier mal die keywords ausgeben um die einmal zu sehen so dass jetzt diese ist diese keywords liste jetzt brauche ich diese ganzen note und numbers nicht und deshalb mal drop n a und dann habe ich die ohne diese ganzen numbers jetzt habe ich ja angenommen ich nehme jetzt hier raus das vierte element und dann habe ich jetzt einen einzigen string und in dem sind verschiedene wörter drin aber gelesen wird als ein string denn hier gehen die die zeichen auf die einen strich und hier hinten gehen sie zu das heißt das hier ist nur wie ein einziges wort und wird es wahrgenommen und den kann man jetzt ich mache mal kurz eine temp variable packt es in diese temp variable also dann zieht das ganze hier wieder so aus wenn es ausführt und das ist temp und ich mache die so dass ich mich selbst gleich für wir für so jetzt kann ich hier ein weiteres jetzt kann ich mit split diesen string aufsplitten und zwar dort wo ich das gerne hätte und ich möchte es gerne an den kommers haben und dann gebe ich hier an kommers wird das ganze an den kommers gesplittet jetzt habe ich eine liste wo die ganzen einzelnen wörter drin sind wunderbar das ist genau das was ich hier haben möchte und dann schaue ich mir dieses temp an und das ist jetzt das ganze hier beziehungsweise das ganze nicht jetzt einfach mal kallen weil das ja diese eine kalle ist und was ich jetzt mache jetzt meine liste eine schleife über das kalm wo jedes einzelne element also dieses element dann dieses element dann angenommen wird macht dann ein stream mit ja als ich mache vor ihm in kann so jetzt mal dieses als jetzt mal split ist gleich und das ist jetzt wie wir jetzt zum beispiel diese erste element hier ja manche split und zwar bei einem comma soll es gesplittet werden und das kann jetzt einmal kurz ausgeben vielleicht funktioniert es ja dann wird dann bekomme ich diese liste diese liste als ich bekomme es lauter listen und zwei listen kann ich jetzt zusammenfügen mit simplen addieren als ich zeige das hier mal kurz wenn ich hier eine liste 1 2 3 das ist a und ich habe eine liste b und die ist gleich 4 5 6 und jetzt mache ich und jetzt mache ich a plus b und dann habe ich eine einzelne liste das genau das heißt ich will ich will diese liste hier und diese liste zusammenfügen das heißt hier oben habe ich jetzt jetzt mal eine neue liste die dann eine summe dieser gesamtlisten sein soll diese liste soll heißen keyword list und dann mache ich hier die keyword ist die leer ist die ist leer aber zu dieser und dieser keyword liste addiere ich jetzt diese split strings ja dann wird diese leeren liste wird dann das hier hinzu addiert im nächsten schritt wird das dazu addiert das und dann bekomme ich eine einzige große liste hier also kurze mal an so dann habe ich eine einzige große liste könnte man auch hingehen könnte es gibt noch befehle um leerzeichen zu entfernen und so weiter das würde ich jetzt erstmal hier nicht machen weil es einfach sonst zu lange wird und aus dem ganzen hier mache ich jetzt noch ein befehl dass ich mir aussuchen kann welche kategorie zu welcher spalte ich in so eine liste in so eine liste also eine liste ausgeben möchte also dazu mache ich hier vorne hin ein def und das ganze soll heißen select column elements warum das so heißt vielleicht schon ein bisschen klarer dann die kategorie wird hier eingegeben dann habe ich hier das ganze einrücken muss und keywords das nennt sich kategorien also das sind die kategorien und wenn ich das jetzt hier ausführe und ich nehme mal diesen befehlen für den ausführe eben zum beispiel keywords dann bekomme ich wieder genau diese liste hier raus dann sollte ich noch ein return hin machen dann klappt es auch dann bekomme ich das ganze aus und statt keywords kann ich jetzt auch nehmen commands glaube ich ein anderes und dann stehen hier die ganzen commands als eine liste so das ist schon mal wunderbar damit hätte ich schon mal ein befehl definiert wenn man befehl noch einmal definieren muss muss man auch noch einmal ausführen und dann lasse ich jetzt auch mal hier oben einfach so stehen und jetzt möchte ich hier noch eine zweite sache und dazu schaue ich noch mal kurz in die tabelle jetzt möchte ich nur datensätze auswählen in einer bestimmten spalte zum beispiel der keywords spalte bestimmte begriffe haben zum beispiel sam ja also ich möchte nur diesen datensätze auswählen in einer bestimmten spalte oder vielleicht nur diesen wenn ich möchte dass in der keyword spalte in den steht und so weiter prinzipiell könnte es darüber gehen dass mir hier wird sagt also jetzt wird die keyword spalte ausgewählt und dann nach strings guckt die contains also die enthalten zum beispiel sam dann kriege ich hier eine liste und da steht false not a number und true und das ist ein problem weil das kann ich nicht als filter anwenden und wenn ich jetzt es als filter anwenden möchte dann geht es nicht denn ein filter funktioniert nur mit false und true aber nicht wenn hier ein not a number steht also das ganze klappt dann nicht und ich kriege hier nichts vernünftiges raus deshalb muss ich hier zunächst noch was anderes machen nämlich ich muss die ganzen zeilen mit not a number raus löschen und das kann ich wie folgt machen ich schreibe hin def und dann keywords und dann kann ich not a number und jetzt werden nur die zeilen ausgelesen oder gefiltert selektiert wäre ich das beste hier nur die zeilen selektiert die in der keyword spalte was stehen haben das keine zahl ist also ein string mache ich das mal jetzt bekomme ich eine liste mit true und false und so weiter also dass jetzt true und false nicht wo diese summe steht sondern in diesen zeilen stehen überall strings und das ist das was ich haben möchte das heißt das kann ich jetzt als filter anwenden und jetzt bekomme ich einen datensatz in dem für die keywords immer ein string in einer dieser zellen steht oder in dieser zeilen steht und das ganze nenne ich dem ganzen gebe ich jetzt mal einen neuen namen database with wo keine numbers dabei sind deshalb database with not a number und dann habe ich jetzt diese neue diese neue kleine hier datenbank diese vorselektierte datenbank erstellt und in der kann ich jetzt hingehen und kann das mal nicht von vorher jetzt string contains jetzt gibt es darum sich noch die kategorie mit einschreiben das soll sein ich schreibe hier schon mal ein cut und hier oben auch cut für category und doppel schreiben also das ist dann diese kategorie die hier ist und string contains und das soll jetzt sein sum und jetzt bekomme ich hier false true und so weiter raus und das kann ich jetzt als filter anwenden auf dfnh natürlich und jetzt bekomme ich genau diese eine zeile in der dieses sum drin steht wunderbar ich kann das ganze auch für eine andere kategorie raussuchen wenn ich will das spielt im grunde absolut keine rolle hier das ganze möchte ich jetzt hier auch als ein befehl definieren also das hier soll sein def und das leisten für display das wird dann gleich klar category und das ganze hier ein indent machen und dann mache ich hier einen kleinen return rein für das letzte ich glaube dass man so einfach ein bisschen übersichtlicher wird deshalb natürlich kann ich return auch direkt hier vorne hinschreiben fertig und jetzt kann ich hier hinschreiben display kategorie keywords und jetzt bekomme ich nur genau diese eine zeile in der in der keywords spalte dieses sum steht jetzt will ich ja natürlich nicht dass hier sum steht jetzt möchte ich natürlich auch noch aussuchen was hier stehen soll zwar nicht nur sum und dafür schreibe ich jetzt ja auch noch jetzt nicht keywords sondern contains nennen wir das einfach mal search und die muss dann hier oben rein die search phrase und auch hier rein diese search phrase und das wird es zum beispiel sein sum und dann kommt natürlich das gleiche raus oder ich kann hingehen und kann sagen ich nehme nicht sum sondern ich nehme mal weil das string contains heißt muss es nicht mal der vollständige namen sein jetzt hier indents das reicht schon wenn hier nur ein teil davon steht weil in diesem gesamten string gesucht wird ob einfach nur dieser teil hier vorkommt und daraus kann ich mir jetzt ein kleines interact basteln und zwar dieses interact soll jetzt genau das darstellen also display und die kategorie soll sein die kategorie liste die muss ich noch machen die schreibe ich mal hier vorne gerade hin die kategorie liste kategorie liste ist ja diese erste zeile hier das heißt dsdf columns to liste und dann hat man die kategorie liste das hat man schon ab und zu mal gemacht füge ich das aus damit die auch da ist dann macht man copy paste damit hier nichts schief geht und als zweites dann noch das diese search phrase und das soll jetzt ein suchfeld werden und in dem suchfeld soll als erstes wort drinstehen search und dann füge ich das ganze hier einmal aus und jetzt habe ich hier diese kategorien liste und hier unten kann ich irgendein search phrase eingeben und hier geht gleich mal ein loop und jetzt sieht man schon während ich das tippe was natürlich extrem cool ist fängt das ganze an sich entsprechend zu reduzieren ja und ich gebe nochmal das samm ein deswegen bei title es wird nichts ich soll schon keywords aussuchen und dann funktioniert es auch bei sum oder ich mache sorted oder was gibt es denn nur bei bei imports gibt es was mit module da kann ich das mal ausprobieren imports dann hier modules dann reduziert sich das hier schon runter auf dieses modules also das ist wirklich sehr schön das heißt auf die art und weise habe ich jetzt hier eine kleine kleine search feld gemacht um wenn ich mir jetzt sage ich wollte irgendwo bei den commands ich weiß es gibt ein command das ist irgendwie eine vorschlag mache ich hier vor so und dann habe ich genau das perfekt und dann okay dann mache ich das ganze hier oben mal ein bisschen zusammen in eins rein damit es was ich jetzt alles nicht mehr brauche die kategorie liste brauche ich noch ich mache ich mal als erstes hier oben hin und und dann die beiden fehle untereinander dann ist es ein bisschen schöner wird das ganze das hier brauche ich nicht mehr schneide ich mal aus und jetzt funktioniert das ganze hier wunderbar und so weiter jetzt möchte ich mir noch das video angucken jetzt möchte ich mir dieses video hier direkt hier im jupiter notebook anschauen und dazu muss ich zuerst mal noch was importieren und zwar from item display import iframe ausführen brauche ich jetzt gleich so das hier alles brauche ich nicht mehr und dieser iframe funktioniert wie folgt und dann muss ich hier eine source angeben und das muss ich einmal kurz abtippen sorry das dauert kurz das muss ein string sein und dann brauche ich hier ein ein key jetzt muss hier eine zahl ein dann mache ich mal kurz große x rein das wird gleich klar das ganze funktioniert und dann title ist gleich 0 das sind so bestimmte irgendwelche kram bei line gleich 0 irgendwelche player einstellung soll jetzt ein bisschen width mache ich hier mal das ist die breite offensichtlich 560 und dann mache ich noch die height ist gleich 315 das sind diese voreinstellungen das ganz gut funktioniert so jetzt muss ich jetzt mal kurz aus kommentieren weil hier diese x das funktioniert natürlich nicht als erstes kann ich will jetzt mal gucken jetzt habe ich das video nummer 5 nicht möchte video nummer 5 anschauen das will ich hier also ich will jetzt hier diesen ach da war ja auch der link der ist auch ach nee das ist falsch und aus diesem sorry und aus diesem link das jetzt vimeo brauche ich diese zahl hier hinten nur diese zahl hier hinten die muss an dieses xxxxxx reinkommen ja das heißt zuerst mal muss ich diese zahl hier bekommen das mache ich folgt ich mache hier der location nummer 5 und dann soll es link vimeo sein und dann bekomme ich hier sieht man hier unten genau das was hier hinten steht so jetzt möchte ich das hier hinten haben diese zahl das heißt ich kann jetzt wieder hingehen machen split diesmal soll der split sein bei slash dann wird sich über dem slash gesplittet führt das aus jetzt habe ich hier eine liste mit und hinten ist die zahl ich brauche das letzte element das letzte element erhalte ich wenn ich hier hinten eingebe minus 1 dann wird von hinten gezählt das erste element von hinten ist das gucke ich hier und das ist die zahl die zahl muss hier rein das heißt ich muss hier mal das ganze so machen oder ich mache es mal kurz ohne dass das vielleicht klar wird ich nehme einfach mal kurz diese zahl und kopiere die genau hier rein und dann führe ich das mal aus habe ich immer das vergessen ich muss mal kurz gucken ob ich eben das dauert ein bisschen lang eigentlich sollte es schneller gehen und jetzt hier das video kann ich hier abspielen direkt im zugte noch und jetzt würde ich das natürlich flexibler machen das heißt diese zahl hier die soll weg und ich mache jetzt hier das ist ja auch genau diese zahl das ist die video so ich schreibe mal ein video nummer video nummer ist gleich das und dann setze ich die hier dazwischen das sind genau das gleiche vorher fühlt es wieder aus und jetzt geht es mal schneller ist auch besser ich bin über das telefonnetz eingeloggt wahrscheinlich hängt es damit zusammen und dann kann ich mir hier das video angucken oder ich kann hier hingehen und suchen irgendwas anderes aus den indent und das hier wollte ich jetzt die nummer 6 und dann gebe ich hier ach jetzt weiß ich jetzt falsch gemacht habe das hier soll der video key sein und der key kommt hier rein und das hier soll die video nummer sein also video nummer und jetzt zeige ich die nummer 6 dann gebe ich hier die nummer 6 an und dann kommt hier das dazugehörige video natürlich will ich das ganze hier jetzt auch als ein kleines interact machen beziehungsweise brauche ich dafür dann wieder ein Befehl also def und der soll jetzt heißen play das ist falsch play video und da kommt jetzt die video nummer an und dann schließt das zur seite und im prinzip hätte ich es dann schon aber jetzt will ich noch einen kleinen Spaß dabei machen dann soll das hier laufen und dann kopiert das einmal runter und wenn nicht und dann soll hier das soll jetzt im youtube video abgespielt werden dass die auch keinen unterschied macht das ist mal ein kleiner reiner gag und es läuft aber alles gleich bei youtube braucht man das letzte hier hinten was eingedrückt wird bloß dieser gesamte link hier ist ein klein bisschen anders den muss ich jetzt gerade noch mal abtippen das ist youtube.com und dann kommt dieser key und dann kommt dieser key das ist eben genau dieser den ich hier oben den ich mir hier hole und hier hinten steht dann bisschen was anderes weil das bei youtube ein bisschen anders ist weil das bei youtube ein bisschen anders ist ähm und das gleich null wie gesagt so was macht man copy-paste irgendwo raus das weiß ich inso ja alles nicht ähm das gleich null jetzt hoffe ich dass ich das anders richtig abgetippt habe jetzt ist das erstmal ein befehl und dann schreibe ich ein interact darunter und dann soll hier rein und hier oben brauche ich dann brauche ich noch die video nummer video nummer bis gleich fangen wir mal an mit da stehen hier 10 und vimeo true dann führe ich das mal aus ähm jetzt kommt noch ein klein ok das wird jetzt als Zahl interpretiert das geht nicht das muss ein String sein sonst klappt das nicht allerdings wenn es ein String ist hier an der Stelle brauchen wir eine Zahl deshalb müssen wir daraus eine Zahl machen das ist ja dann von hier übergeben ein String dann muss es aber eine Zahl werden int ist der Befehl für um aus einem String ein Integer zu machen und dann soll es hoffentlich die mehr ist not defined ok das muss natürlich auch da rein ein Befehl da oben so und dann funktioniert das ganze und jetzt äh wie gesagt bei mir kommt es gerade das Telefon jetzt dauert es wahrscheinlich lang aber an sich sollte dann natürlich sofort hier unten das Video erscheinen die Nummer 6 hier oben brauchen wir nicht ähm also wenn ich normal verbunden bin funktioniert es auch ich will das jetzt gerade nicht und wenn ich das hier weg mache dann sollte einfach das ähm das entsprechende YouTube Video kommen dann habe ich irgendwas ah ich habe das hier oben falsch gemacht so wird es nix das hier oben ist glaube ich in der richtigen da bin ich sicher Video da ist schon alles richtig und und sollte eigentlich also ich habe es auch schon ausprobiert das funktioniert eigentlich in der Art und Weise und dann kann man hier unten hat man hier unten ein sehr schönes Video ähm kann sich hier oben das Video aussuchen wie man will über dieses Searchfeld das man dann hier hat also ich gucke bei Keywords suche nach äh Loop manchmal gucken wir vielleicht mehrere dann sage ich aha welches will ich von denen ich will das Nummer 9 haben gehe hier unten rein schreibe 9 rein dann so macht das und dann an sich wie gesagt unter normalen Umständen ah ich weiß was das Problem ist immer das gleiche das hier muss natürlich Return sein sonst wird es nix sehr klar jetzt jetzt ok sieht das schon viel besser aus und jetzt hat man Nummer 10 wenn man hier vorhin Nummer 9 wollte gebe ich ein Nummer 9 dann kommt hier die Nummer 9 wenn ich es nicht auf Vimeo will sondern auf YouTube klicke ich einfach Vimeo weg und dann kommt das YouTube und dann kann man es hier einfach abspielen und dann funktioniert es wunderbar und auf die Art und Weise kann man dann so eine Datenbank nehmen und die für sich sehr schnell durchsuchbar machen und natürlich kann ich noch weitere Sachen machen ich könnte noch den Text ausgeben lassen und so weiter das sehr praktische ist eben dass man gerade auch sehr schnell nach zum Beispiel Gefehlen gucken kann und sich dann das entsprechende Video wie gesagt oder den zugehörigen Text oder die Videolänge kann man noch einfügen lassen und so weiter alles Mögliche dann machen viel Spaß dabei viel Erfolg bei der möglichen Prüfung nächste Woche